Hallihallo! In diesem Video möchte ich zusammen mit euch eine Aufgabe durchgehen, bei der wir einen Term aufstellen sollen aus einem Text, den wir jetzt erstmal lesen. Auf einer Party sind Kinder und Erwachsene, wobei x die Anzahl der Kinder sein soll. Also erstmal bis dahin, wir haben eine Party, auf der sind Kinder und Erwachsene und wir bekommen gesagt, dass dort x Kinder sein sollen. Über die Erwachsenen bekommen wir noch keine Information. Stelle den Term t von x für die Anzahl aller Personen auf der Party auf, wenn gilt, a, auf der Party sind vier Erwachsene mehr als Kinder. Teil b, auf der Party sind halb so viele Erwachsene wie Kinder und Teil c ist noch schlimmer. Also jetzt ist erstmal totales Chaos im Kopf und es ist auch völlig normal, so geht es mir zumindest. Und wir sortieren das Ganze jetzt erstmal. Wir sollen also einen Term aufstellen, der soll t von x heißen und was soll der berechnen oder angeben? Die Anzahl aller Personen, die auf dieser Party sind. Also nicht nur die Anzahl der Kinder, von denen wir ja schon wissen, dass es x Kinder sind, sondern auch noch die Anzahl der Erwachsenen dazu. Also wie viele Personen insgesamt auf der Party sind. Und wenn manche von euch jetzt vielleicht auf die Idee kommen, ach, wir nennen die Anzahl der Kinder x und die Anzahl der Erwachsenen nennen wir y und dann können wir einfach sagen, hey, es sind x Kinder und dazu kommen y von den Erwachsenen. Das ist mein Term. Nee, da muss man vorsichtig sein. Hier steht nämlich t von x. Dieser Term darf nur von x abhängen. Da darf keine andere Variable drin sein. Also das y ist da nicht erlaubt. Unser Term kann nachher so in der Art aussehen. Also da darf x drin sein und Zahlen, aber keine anderen Variablen. Also gehen wir mal zu Teil A und schauen, wie wir das lösen können. Wir haben also eine Party. Machen wir uns erstmal eine Übersicht. Und die besteht aus Kindern und Erwachsenen. Und wenn wir uns jetzt vielleicht erstmal ein kleines Beispiel machen, also nicht direkt mit dem x und dem ganzen Zeug arbeiten, sondern erstmal sagen, okay, sagen wir mal, es sind zehn Kinder auf der Party. Wie berechne ich dann die Anzahl der Erwachsenen? Lesen wir mal nochmal. Auf der Party sind vier Erwachsene mehr als Kinder. Also wenn wir an unser Beispiel gehen und sagen, okay, ich habe zehn Kinder auf der Party, dann würde ich da einfach zu den zehn Kindern noch vier Leute dazu addieren und dann weiß ich, dass da 14 Erwachsene auf der Party sind. So würde man das ja mit einem Beispiel machen. Jetzt dürfen wir nicht mit Zahlen arbeiten, sondern müssen mit unserem x arbeiten. Wir wissen, es sind x Kinder auf der Party. Naja, dann machen wir es genauso wie mit unserem Beispiel. Wir würden zu der Anzahl der Kinder, also zu dem x, einfach noch vier dazurechnen, um zu wissen, wie viele Erwachsene dann auf der Party sind. Und die beiden zusammengerechnet ergeben meinen Term, also weil so viele Leute sind ja insgesamt auf der Party. Kinder plus Erwachsene. Also nehme ich das x, woher ich weiß, so viele Kinder sind auf der Party, und rechne dann die Anzahl der Erwachsenen dazu, also das x plus vier. Und das ist mein Term, zumindest wie man ihn berechnet. Jetzt würde man ihn noch ein bisschen vereinfachen, dass man hier die x, die darf man ja zusammenrechnen, ein x und noch ein x dazu, wären eben zwei von diesen xen und hinten die plus vier. Mehr kann man nicht machen. Und genau so würden wir jetzt in Teil b vorgehen. Da haben wir wieder unsere Party aus Kindern und Erwachsenen. Worum geht es hier jetzt? Auf der Party sind halb so viele Erwachsene wie Kinder. Machen wir mal wieder ein Beispiel. Sagen wir, es wären zehn Kinder auf der Party. Wie berechne ich jetzt dann die Anzahl der Erwachsenen? Halb so viele Erwachsene sollen da sein wie Kinder. Das heißt, ich würde sagen, ich nehme die zehn und halbiere die. So würden wir es ja machen, wenn halb so viele Erwachsene da sind. Also zehn durch zwei würde ich rechnen und sagen, okay, wenn zehn Kinder da sind, müssen fünf Erwachsene da sein. Und jetzt mache ich das aber nicht mit den Zahlen, sondern mit meinem x. Ich weiß, es sind x Kinder da. Dann berechne ich die Anzahl der Erwachsenen genau so. Ich würde die Anzahl der Kinder nehmen und halbieren. Und das ist dann die Anzahl der Erwachsenen. x halbe, damit rechnet man jetzt vielleicht nicht ganz so gerne. Da gibt es ja auch eine andere Darstellung dafür. Also man kann auch ein halb x schreiben. Das ist genau dasselbe. Ihr könnt das benutzen, was euch lieber ist. Wir nehmen jetzt mal hier unten das. Also unser Term würde wie aussehen? Ich nehme die Anzahl der Kinder. Das ist das x. Und addiere dazu die Anzahl der Erwachsenen. Die ein halb x. Und das wäre mein Term schon, den ich jetzt aber auch nochmal vereinfachen könnte. Was kann man machen? Na, die x sind ja gleich. Das heißt, ich habe hier ein x, das ich zu einem halben x dazurechne. Da könnte man sagen, okay, das sind dann eineinhalb, also 1,5 x. Man könnte auch hier die Bruchrechnung ein Ganzes zu einem halben noch dazurechnen. Also ein Ganzes wäre ja ein Eintel, was man zu einem halben dazurechnet. Dann müsste man den hier auf zwei erweitern. Das wären also zwei Zweitel oder zwei Halbe, die man zu den Einhalb dazurechnet. Und dann wären wir bei drei Halbe. Also ihr könnt hier entweder 1,5 x schreiben oder 3,5 x. Je nachdem, was euch lieber ist. Okay, dann wagen wir uns an die letzte Aufgabe. Die haben wir noch gar nicht gelesen. Teil C. Würden noch zwei Erwachsene mehr zur Party kommen, so wären halb so viele Erwachsene wie Kinder da. Klar, alles ganz logisch. Okay, das ist jetzt absolutes Chaos. Wir machen erstmal nochmal unser Beispiel. Sagen, gehen wir mal davon aus, wir hätten zehn Kinder auf der Party. Jetzt kommt's. Würden noch zwei Erwachsene mehr zur Party kommen? Also würden noch zwei dazukommen? Die sind nicht da, aber gehen wir mal davon aus, sie kämen noch dazu. Dann wären halb so viele Erwachsene wie Kinder da. Also halb so viele Erwachsene wie Kinder würde bedeuten, dann wären fünf Erwachsene da. Da hätten wir die zehn nochmal halbiert. Das sind ja unsere fünf. Also wenn zwei Erwachsene dazugekommen wären, das müssen wir immer im Hinterkopf haben, dann sind fünf Erwachsene da. Die sind ja aber gar nicht da, die zwei. Das heißt, von diesen fünf, ich mache diese zehn halbe nochmal weg, von diesen fünf, die wir gerade ausgerechnet haben, sind zwei gar nicht da. Die müssen wir aber auch wieder dann abziehen. Also es sind nur drei Erwachsene auf der Party. Es sind drei da, kämen zwei dazu, dann wären wir bei fünf, dann hätten wir die Hälfte von den Kindern. Also so können wir es aber auch aufbauen. Also wie kamen wir auf die fünf? Indem wir die Anzahl der Kinder, also diese zehn, hatten wir halbiert. So, an unserem Beispiel. Und jetzt machen wir einfach genau dasselbe mit dem X. Wir haben X Kinder. Wie kommen wir auf die Erwachsenen? Wir hätten X halbe, wenn diese beiden Leute noch dazukämen. Die sind aber nicht da, deswegen müssen wir die nochmal abziehen. Also macht euch das an einem Beispiel ganz klar und dann ersetzt einfach überall, wo ihr eure Zehen festgelegt hattet, eben durch das X. Und dann ist das da euer Term. Beziehungsweise wir müssen die beiden jetzt noch zusammenrechnen. Wir hätten ja die Anzahl der Kinder. Das sind X Stück. Hinzu kommen hier die Erwachsenen, die sich aus X halbe minus zwei zusammensetzen. Und dann können wir unseren Term nochmal ein bisschen vereinfachen. Jetzt habe ich tatsächlich X halbe hier geschrieben. Das ist ja, wie wir eben gesehen hatten, genau dasselbe wie ein Halb X. Wenn wir hier die minus zwei einfach noch dazu schreiben. Dann können wir mit X halbe oder ein Halb X rechnen, wie ihr wollt. Aber hier ist wieder genau dasselbe wie eben ein X plus ein Halbes X. Das wären eben diese drei halbe X oder die eineinhalb X und hinten noch die minus zwei hinten dran. Das wäre unser Term. Also gar nicht mehr so einfach. Macht es euch wirklich mit Beispiel, mit Zahlen ganz klar, wie man vorgehen würde. Weil sonst hat man einfach nur absoluten Chaos im Kopf. So geht es mir zumindest. Dann hoffe ich, dass es euch geholfen hat. Und das solltet ihr uns bei einem nächsten Video sehen. Macht's gut.